Das war wirklich toll, aber ich weiß überhaupt nicht, was wir machen, so gut nicht zu sagen. Halleluja meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und heute wird es etwas sehr cooles und besonderes geben. Und zwar drehe ich heute eigentlich das erste richtige Video mit meiner Mama. Sie war zwar auch schon, also okay, als ich ihr die 300 Rosen geschenkt habe und als wir einmal alte Kinderfotos nachgestellt haben. Übrigens, die beiden Videos kann ich euch gerne einmal hier und hier verlinken. Keine Sorge, wenn ihr da drauf drückt, öffnet sich das Ganze in einem neuen Tab oder die Links stehen auch nochmal unten in der Infobox, falls ihr die noch nicht gesehen habt und mal anschauen möchtet. Und ansonsten werde ich sie jetzt gleich abholen und dann style ich meine Mama um. Das heißt, wir fahren in die Stadt, gehen zusammen shoppen und gucken mal, was wir alles so finden. Und dann werden wir euch das Ganze im Vorher-Nachher-Vergleich zeigen und präsentieren euch, was wir so geshoppt und eingekauft haben und wie wir meine Mama umstylen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Meine Mama freut sich schon mega auf den Tag und dass wir zusammen ein Video drehen. Deswegen, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und schreibt doch mal irgendwas Liebes in die Kommentare. Ich weiß, dass meine Mama immer die Kommentare liest. Und es wäre doch schön, wenn wir ihr mit ein paar lieben Kommentaren ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnten. Dann gibt es natürlich außerdem in diesem Video, wie in jedem meiner Dezember-Videos, wieder eine Verlosung für meine Abonnenten. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das sehr gerne hier oben mit einem Klick machen oder auch über den Link in der Infobox. Und was gibt es in diesem Video zu gewöhnen? Tau! Es gibt in diesem Video eine mega geile Action-Cam. So ein riesengroßes Set mit ganz, ganz viel Zubehör. Die ist wasserdicht, die kann man überall dran schrauben und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und ich glaube, sowas kann einfach jeder gebrauchen. Deswegen, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben. Beziehungsweise ihr dürft auch mehrere Kommentare schreiben. Denn mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr quasi einmal teil. Und dann könnt ihr auch schon diese wundervolle Action-Cam hier gewinnen. Und auch, Leute, bevor ich das jetzt vergesse, ich trage in diesem Video gerade ein Onesie von One Piece. Und ich liebe diese Teile einfach. Es gibt nichts Besseres im Winter als so ein Ganzkörper-Kuschelanzug. Und ich habe jetzt gerade einen in Grau an. Allerdings gibt es natürlich von One Piece auch noch ganz, ganz viele andere Farben, Muster und vor allem auch Schnitte und Styles. Und ich habe eine Überraschung für euch. Und zwar gibt es jetzt genau sieben Tage eine Woche lang bis einschließlich nächste Woche Sonntag, den 25. Dezember 25% Rabatt auf das komplette Sortiment im Online-Shop mit dem Rabattcode Bibi25. Ich blende euch hier einmal ein und schreibe natürlich auch mit dem Link zum Shop in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt echt mega coole Sachen. Die sind einfach so kuschelig, warm und gemütlich und von daher entschuldige ich mich jetzt mal ein bisschen hierhin und ich würde sagen, film ab. So ihr Lieben, wir sitzen im Auto auf dem Weg zu meiner Mama. Die holen wir jetzt ab, dann geht es ab in die City. Was bist du denn für ein Vollidiot? Oha. Komm mal auf deine Spur fahren. Es muss immer irgendwas Gestörtes passieren. Wir können nichts normal machen. Ich war mega lang nicht mehr mit meiner Mama in der Stadt und vor allem nicht shoppen. Deswegen freue ich mich jetzt mega auf den Tag und bin schon gespannt, ob sie irgendwas Besonderes haben möchte oder braucht. Und sonst genießt wir einfach den Tag. Ihr kommt mit und am Ende werden wir euch natürlich das fertige Outfit präsentieren. Hallo Schatzi. Hallo Marie. Na? Oh. So, wir sind jetzt angekommen in der Stadt und haben eine gefühlte Stunde einen Parkplatz gesucht. Julian, ich habe eine Frage. Trägt der Kameramän heute auch meine Handtasche? Ich trage nie mehr irgendwas. Mama, würdest du dich freuen, wenn der Julian deine Taschen tragen würde? Magst du meine Tasche tragen? Ja, gerne. Nee, danke. Nein, das sind immer heute nicht so gemein. Das ist heute nicht. Das ist heute nicht so gemein. Bis zum nächsten Mal. Was habe ich eigentlich falsch in meinem Leben gemacht? Mama, du warst erfolgreich, würde ich sagen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und haben uns gerade frische Pizza und frischen Salat geholt und frischen Orangensaft. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen stärken. Mh, lecker, lecker. Wir essen jetzt. Ja, guten Appetit. Ich erschrecke mich immer so sehr. Ja, so, wir haben aufgegessen und haben uns jetzt mal ganz gemütlich hier vor den Kamin gesetzt. Und wir zeigen jetzt mal, was wir geholt haben, oder? Also komm, wir finden uns das erste Geschenk. Hä, wieso haben wir denn zwei? Hä, weißt du das nicht mehr? Ja, die hast du dir ausgesucht und anprobiert. Ach ja, stimmt. Die andere hast du mir einfach und die hat's noch gar nicht anprobiert, die andere. Doch, die hast du auch anprobiert. Das ist einfach so eine blaue Jeans, Leggings, Jaggings. Und die sitzt sehr schön an dir, muss ich jetzt mal sagen. Und dann sind wir an die Kasse gegangen und dann habe ich noch eine Highwaist Jeans gefunden in der gleichen Farbe. Und ich dachte mir, die konnte dir auch gut stehen und dann habe ich die einfach schnell noch mitgenommen. Danach haben wir Schuhe geholt. Tada! So schön. Ja, du hast dich direkt da reinfallen. Da bin ich verliebt. Ach, sofort. Die sind aber auch wirklich mega schön. Wunderschön. Und die stehen dir so gut. Wirklich. Wirklich, direkt drin verliebt. Habt man ja manchmal, ne? Dann machen wir mal mit was anderem weiter. Und zwar nehmen wir mal die Jacke hier. Die finde ich auch so toll. Ja, ich auch. Das ist so wie so eine Lederjacke, aber die ist eher matt. Und dann hat die hier oben so einen schwarzen Stoffkragen. Aber das werdet ihr gleich alles noch sehen, weil die wird das natürlich auch gleich nochmal anziehen. Hier, das ist so ein schwarzer, lockerer Pulli. Mit Leuchern? Ja. Ich zeige mal aber mal so den Pulli. Ich sage, so, wo findest du den denn? Wie gehst du da hin und guckst? Da ist doch ein Loch drin. Da. Da, da, da. Ja, hier sieht das noch gut aus. Dann machen wir mal mit einem zweiten Paar Schuhe weiter. Und zwar sind das diese hier. Weiße Turnschuhe. Und das sind fast die gleichen, die ich auch habe. Ich habe die mit einer anderen Farbe an Streifen, ja. Seht ihr, wie das glitzert? Das ist voll cool. Mmh. Weich, ey. Total reich. Ganz angenehm zu tragen. Die Spürste kaum. Eine Winterjacke. In so einem Cremeton. Das ist genau die gleiche Farbe. Das passt doch total krass. Haben wir gut ausgedruckt. Und ich glaube, jetzt kommt das Highlight aus dem ganzen Shopping-Tag. Tada. Das darfst du jetzt selber ausüben. Darf halt immer auspacken. Meine Mami hat eine Handtasche bekommen. Und was für eine traumhaft schön. Der Julian hat die entdeckt. Ja. Und das passende Portemonnaie zu der Tasche. Ganz toll. Ich freue mich richtig. Es war ein wunderschöner Tag. Ich habe die Stunde total genossen. Ich fand es auch wunderschön. Traumhaft schön. Vielen Dank auch an den Kameramann und Tüten-Schlepper. Stimmt, die haben dann wieder alle Tüten getragen. Nee, war echt richtig schön mit euch. Ich hatte mal einen Daumen hoch, oder? Ja, Mama, willst du einen Daumen hoch? Ja. Du musst fragen, ab wie viel Daumen hoch schrägst du ein neues Video mit mir. Och Gott. Du warst eingestprüht. Hunderttausend. Okay, hunderttausend Daumen hoch. Können wir das schaffen? Hunderttausend Daumen hoch, dann red meine Mami ein neues Video mit mir. Ich wäre auch so. Würdest du auch so machen? Das darfst du nicht sagen. Hunderttausend Daumen hoch. Das darfst du nicht sein. Hunderttausend. Da ist das Lustigste, was ich jetzt hätte passieren können. Jetzt haben wir alles verkackt mit der schönen Aufraus. Ich stehe mal gegen den Kopf und so. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie cool dieses Outfit ist. Sieht echt cool aus. Sieht mega cool aus. Wirklich, es gefällt mir so gut. Mir auch. Outfit Nummer 2. Leute, ihr müsst gleich mal in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefällt. Das 1, das ist Outfit Nummer 2. Oder Leute, gefällt euch Outfit Nummer 3 besser. Ich hab dich drauf vorbereitet auf YouTube, jetzt kannst du alleine drehen. Tschöp. So Leute, das war's auch schon mit unserem Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Das erste richtige Video mit meiner Mama. Lasst ihr unbedingt einen Daumen nach oben da. Ihr habt gehört, bei 100.000 Daumen hoch würden sie ein zweites Video mit mir drehen. Wie hat es dir gefallen, Mami? Sehr gut. War ein wunderschöner Tag. Vielen, vielen Dank. Ich hab jede Stunde genossen. Es war toll. Und für die tollen Outfits. Nicht danke. Danke euch beiden. Ich finde, du hattest noch nie so coole Klamotten. Ja. Habt ihr auch gute Berater gehabt, ne? Dann verlinke ich euch hier und hier unten jetzt nochmal meine letzten beiden Vlogs. In diesem Vlog hab ich das erste Mal meinen Großeltern die Wohnung hier gezeigt. Und in einem anderen Vlog wurden uns 10 Pizzen geliefert, die wir nicht bestellt haben. Guckt euch die Videos einfach an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Außerdem denkt unbedingt an die Verlosung, die es in dem Video gibt. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürfen sie es gerne. Wo machen Mama? Dürfen sie mich abonnieren? Da? Da. Ich glaube, es ist nicht mein Bild, aber damit würde ich mich gerne abonnieren. Die Infos zu dem Monzi, den ich gerade trage, findet ihr wie gesagt unten in der Infobox. Und sonst wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Und danke fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss.